Eine Stadt, die nach menschlichen Bedürfnissen und Maßgaben geplant und umgesetzt wird, verspricht die größte Lebensqualität für ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Sogenannte Human Scale Cities verbinden alle Aspekte wie Gesundheit, Gemeinschaft und Natur, aber auch Mobilität und Wohnen so miteinander, dass die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner optimal erfüllt werden. Eine verkehrsfreie Innenstadt und Innovation im öffentlichen Raum sind die ersten Schritte dazu. Mit steigenden Umweltbelastungen, einer stetig älter werdenden Gesellschaft sowie einer allgemeinen gesellschaftlichen Orientierung zur Achtsamkeit und Selbstoptimierung rückt zudem die Gesundheit in den Fokus. Neue Technologien wie Telemedizin und Wearables ermöglichen, das schnelle Erfassen und Auswerten von Gesundheitsdaten zu Hause und unterwegs. Roboter werden zukünftig in der Pflege assistieren und können zusammen mit anderen Technologien Barrieren im städtischen Alltag abbauen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner rückt der soziale Wandel in den Mittelpunkt. Er wird von ihnen lokal über Aktionen, Initiativen und auch unter Mithilfe sozialer Medien und digitaler Plattformen umgesetzt. Dies wird als lokaler Aktivismus bezeichnet und bedeutet, dass sich Menschen in ihrem Viertel oder in ihrer Straße zusammenschließen, um gemeinsam an der Verbesserung der Lebensqualität vor Ort zu arbeiten. Durch die Vernetzung der Nachbarschaft werden öffentliche Räume an die Bedürfnisse der Bewohnerschaft angepasst, mit dem Ziel, die Stadt nachhaltiger und sinnstiftender zu gestalten. Die emotionale Identifikation mit der Umgebung und dem eigenen Wohnviertel wird unter anderem als Local Love bezeichnet und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Engagement aus. Die dabei entstehenden Nachbarschaftshilfen, Inklusionsprojekte, Gemeinschaftsgärten oder Konzepte der sogenannten Sharing Economy sind soziale Innovationen, die auf eine Verbesserung des direkten Umfelds abzielen. Das selbstbestimmte, gute Leben steht dabei im Vordergrund. Eine Beteiligung der Bürgerschaft kann unter anderem über eine sogenannte Co-Creation erreicht werden. Das ist eine Methode, um soziale Innovationen zu erdenken, bei der unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen gemeinschaftlich am Kreativprozess teilnehmen. Insbesondere junge Leute zeigen großes Interesse daran. Das daraus entstehende Innovationspotenzial wird in der Zukunft ein wichtiger Baustein für eine Stadtentwicklung sein, bei der der Mensch im Fokus steht.